Taddaa! Ach ja, die zweite Welt, das waren noch Zeiten, wo ihr nichts gesehen habt. Spitz! Spitz, spitz! Okay, jetzt gehen wir mal, wie heißen denn die Chis? So! Taddaa! Blue X! Fing! U! Un! 2 2 2 2 200 Eier gehören euch! Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen! Das ist die alte Eier! Ich brauche niemals blaue Eier! Ich habe das gerade nicht verstanden! So dann ist Golden Feather Warte mal Dann mache ich auch gleich danach das andere, das heißt erstmal Heißt der Einfach nur Red Feathers Ja, ich gebe mal einen einfach Wäsche nicht, wie es beim Rot spricht auf Englisch! Hallo! 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 So, ah, 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 ah. Hey. Warte mal. Wie ist das? so sehr schön 100 roten Federn gehören euch ab jetzt könnt ihr bis zu 100 dieser Federn tragen und die kommt auch wieder auch Federn helfen euch nicht weiter da fährt es niemals ihr gespeichert ist der gespeichert oder witz? so so wie fest steht das? na so geh 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 wofür funktioniert das nicht? was? wo was? ga sch j j j j j j j j Ich gehe mal wieder raus. Ich gehe mal wieder raus. und und ja 20 goldene Federn die Hörer euch jetzt könnt ihr bis zu 20 dieser Federn tragen die Dummheit steckt euch im Gesicht da hält auch die Federn nicht so dann gehen wir jetzt mal die anderen ein wie heißen die denn ähm einmal das da oh Gott Cheat erstmal reingehen ach so rausgehen und jetzt müsst ihr mal genau drauf hören das finde ich ganz witzig hört mal das 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 Äh, jetzt weiß ich Cheat da eingehen. Cheat? Ähm, Lost? Das ist richtig, ne? Ja, ne? Oh! Das ist ja noch. Lost? Oh! Lost? 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 Häh, 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 häh! Oh! 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 gleich wieder raus. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.